Hallo und herzlich willkommen zurück zu Rogue Heroes, Ruins of Tarsus. Endlich! Wir werden es zu Hause nicht ändern, das mache ich glaube ich offscreen. Wir gehen beim letzten Mal haben wir diesen Kerker hier fertig gemacht. Das war der erste, zweite, dann ist hier wahrscheinlich der dritte und hier der vierte. Vergesst, was ich gesagt habe. Wo wir diese ganzen Sachen hier machen können, keine Ahnung. Wir gehen dann jetzt Wie komme ich denn da hin? Wo wir hier? Gute Frage, oder? Ja doch, da ist eine Brücke. Können wir zum endlosen Abgrund teleportieren. Let's go. Let's go. Wie ein Klempner sagen würde. Ich glaube der Grüne von beiden sagt er Let's go. Hammer. Aha. Alter, unser Schaden ist so krank. Vielleicht sollte man echt ein bisschen in diesen Dungeons auch sterben gehen, damit man noch mehr Geld reinkriegt, damit man einfach noch stärker ist. Oh, Eis. Berg Seekoset. Neues Gebiet. Leute, kennt jemand von euch Ragnarok online? Ich bin wieder hart, der Sucht verfallen. Deswegen kommen auch weniger Videos gerade. Falls jemand von euch Lust hat, Ragnarok Prime von 4game. Da spiele ich gerade. Vielleicht kann man ja mal irgendwie zusammenspielen, falls einer von euch da ist. Wir gucken in die nördlichen Ebene. Finde den Wanderer. Ah. Okay, der Wanderer ist rechts. Wir gucken, wir gehen nach links. Oh, ich bin ein Fisch. Kann ich nageln? Nee, guck mal, wie viele Sachen noch fehlen. Ich hab gedacht, wir sind schon voll weit. Oh. Hier gibt es wieder eine Abkürzung. Nur einen Moment. Ach Gott. Ah, die Warp-Statue natürlich. Hätte ich vergessen, wäre doof gewesen. Ey, lass mich durch. Mikrofon ein bisschen hier zurechtrücken. Geht auch alles richtig? Oh, ha, hallo. Oh, ha. Oh. Hm. Okay. Hm. Alles gut. Oh, der Level 60. Riesenziege. Okay. Karte. Ne, wir gehen erstmal nach. Nach rechts. Da muss ich jetzt gucken, ob vielleicht rechts der Weg zu ist. Natürlich muss ich einen Sturm aufhalten. Ja, ich bin Ritter. Glaube ich. Ritter bin ich. Müsste. Kann ich da hoch? Ah. Ne. Da sind meine kleinen Beinchen nicht stark genug. Der schießt Eiszapfen. Hm, hm, hm. Alles gut. Hä? Das ist einfach ein Fleck ohne Schnee. Was soll das? Hä? Was mache ich von hier aus? Achso. Na klar. Tier. Kuh. Als ob die mich noch getroffen hat. Hä? Oh, ich geh jetzt einfach rein. Ja, hätte ich mal die Schaufel. Die ich irgendwie nie kriege. Da muss ich wahrscheinlich eine von den Quests fertig machen. Geh ich mal von aus. Aber ich hab keine Ahnung, wo die sind. Die werden mir halt auch nicht auf der Karte angezeigt. Oh, nochmal. Oh, Gott. Ich muss kurz meinen. Rücken ein bisschen, äh, knäxen. Was ist das? Was ist das? Zeitteleskop. Das ist einfach ganz. Zeitteleskop. Au, au, au. Help. Oh, als ob der mich treffen kann. In der Zeit. Sturm. Bähne den. Sturm mit Hilfe der Sturmrunde. Klar. Nee, mir sagt, wie das geht, mach ich das. Aber ich hab das nicht als Item hier drin. Oh, ich bin ein bisschen müde, Leute. Ein bisschen müde. Ich hab überall. Oh, das wird jetzt extra angezeigt noch? Oder war das schon immer? Und ich hab's nur vergessen. Kommt, Patch. Sturm. Hör auf. Wie mach ich das? Wie geht's? Oh. Als ob. Wie geil ist das denn? Oh, jetzt? Das ist einfach nur ein Dapfel da. Hey, cool. Aber jetzt frage ich mich natürlich, wo krieg ich die anderen her? Ah, ich kann ja auch Samen auswählen. Cool. Als ob. Oh, nein. Oh, ich komm nicht so hoch, Wanderer. Gib mal doch meine Hand. Bitte. Hm? Wie komm ich jetzt zu dem? Über hier unten? Oh, außen rum gehen, oder? Nee. Hier? Nee. Hm. Hallo? Hören Sie mich? Bitte. Ich werde mit Anlauf. Und dann springen. Hm. Schmielz. Hm. Hm. Ich bin... Ein kleines Bitzli verwirrt hier. Ein kleines Bitzli. Der Sturm hat zwar aufgehört, aber wie komme ich jetzt zu ihm hoch? Vielleicht geben die mir ja irgendwie Schuhe. Hallo? Ja, gib mir Hilfe. Aha. Da komme ich auch nicht hoch. Hier. Hier. Und dann da auch nicht weiter. Ich habe es gesehen. 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 Das war alles cool. Bei mir alles supi. Außer, dass ich mit den Videos leider ein bisschen hinterher hänge. Ich war so stolz drauf, dass ich jeden Tag eins hatte. Also, das kriege ich wieder hin. Ich muss den Halt verloren haben. Da, da, da. Okay. Dann folgen wir dem Wanderer mal. Oder? Such den Wanderer im Lager auf. Ja. 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 Hallo, Wanderer. Tut mir leid. Ich bin immer noch etwas durcheinander. Ich habe mit dem Fußfall. Jetzt ist wieder etwas down. Bis Eisstiefel. Dankeschön. Und mit diesen Eisstiefeln können wir jetzt gucken, was hier so ein Mittelweg hoch ist. Erstmal. Finde den Kryomar-Tempel. Hört sich doch mal gut an. Hätten ruhig bessere sein können, mit dem man einfach durchkraxelt. Der hat mir den Schmutz gegeben. Die Mauer ist kaputt. Leider habe ich keine Bomben, die ich einfach mitnehmen kann. Toll. Das ist voll so komisch. Wenn ihr wisst, wie ich die kriegen kann, die Sachen, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Weil ich habe keine Ahnung. Muss ich wirklich die Quests machen? Finde ich die irgendwo in der Welt? Kriege ich die erst, wenn ich durchgespielt habe? Das war anstrengend, Leute. Was ist hier drin? Geil. Also die Kisten kaputt zu machen, ist echt laut. Oh. Kein Müll. Kuh. Kuh. Auf mich zu. Schädigen. Kuh. Und jetzt? Hallo? Ah. Gemütlich. Ja, Leute. Wenn wir hier schon so gemütlich sitzen mit unserem kleinen Freund, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne Abos und Likes. Und so da. Sagt mir, wie es euch gefällt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wo ich diese ganzen Bomben und alles mögliche, diese permanenten Sachen finde. Das will ich auf jeden Fall wissen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao.